Willkommen zurück zu Let's Play DTM Race Driver. Wir haben in der letzten Folge die erste Elite-Meisterschaft abgeschlossen. Und zwar die Elite-Meisterschaft B. 24 Punkte haben wir erreicht. Ist jetzt nicht das allerbeste Ergebnis. Wir sind insgesamt nämlich Zweiter geworden in der Meisterschaftsrangliste. Also keinen ersten Platz, aber naja, das haben wir eigentlich auch bei den vorherigen Meisterschaften auch nicht geschafft. Also hier sind wir auch nur ganz selten eigentlich Erster geworden und trotzdem war das okay. Also ich glaube, es ist einfach nur relevant, dass man auf das Treppchen kommt. Ich glaube, der Rest ist gar nicht mal so wichtig und dementsprechend, das haben wir ja geschafft. Und heute geht es dann weiter mit der Elite-Meisterschaft A. So, dafür müssen wir hier wieder unsere private E-Mail aufrufen, die Jack uns geschrieben hat. Und einen Wagen der Elite-Class A auswählen. In der letzten Folge habe ich mich hier schon für den TVR Sibira Speed 12 entschieden, weil der einfach die höchste BPS-Zahl hat und gleichzeitig auch ein bisschen leicht ist als der König C-62. Und ein 6-Gänge hat anscheinend, statt 5, so wie ich das jetzt hier rauslesen kann. Ja, deswegen nehmen wir den einfach mal. Wir können uns hier entscheiden zwischen Blau-Hellgrün und Hellgrün-Dunkelgrün. Ja, da nehme ich auf jeden Fall das Erste, das finde ich deutlich besser. Und ja, wir nehmen teil an dieser Meisterschaft. Wo fahren wir denn? Alton Park, Vallelunga, T.E. Circuit, Ida ist ja schon wieder das Gleiche. Das ist ja schon wieder das Gleiche, Leute. Wie in der letzten Folge. Also das Gleiche wie bei der Klasse B. Naja, okay. Aber es ist trotzdem eine andere Meisterschaft. Von dem her. Muss das auch gemacht werden. In Alton sollen wir mit mittlerem bis starkem Anpressdruck fahren. Allerdings dürfen wir nicht übertreiben. Es gibt auf der Strecke einige Geraden. Ja, okay. Dann lassen wir es so, wie es ist. Und wir legen direkt los. Ich hoffe, meine Wagenwahl war... Also ist in Ordnung. Bei der letzten Meisterschaft mussten wir ja erstmal... Ja, erstmal herausfinden, welcher Wagen überhaupt der beste ist eigentlich. Und... Ja, da... Das hat uns ein bisschen Zeit gekostet. Ich hoffe mal, dass das jetzt hier... Ja, da wollte ich jetzt eigentlich vorher bremsen. Dass wir jetzt hier... Gleich schon den besten Wagen ausgewählt haben. So, ich würde hier... Furchtbar gerne einfach vorbeikommen, aber... Ja, okay. Jetzt hat es funktioniert. Ja, wir sind jetzt schon ein bisschen beschädigt worden, leider. Aber... Naja, immerhin... Fährt unser Wagen noch. So, und wir sind schon mal Zweiter. Das ist doch schon mal okay. Für das Erste. Vier Runden fahren wir hier auch wieder. Und das ist ja jetzt wahrscheinlich tatsächlich die letzte Meisterschaft... des ganzen Spiels. Mal gucken, ob wir dann noch irgendwie so eine Meldung bekommen. Hey, du hast jetzt wirklich alle Meisterschaften durchgespielt oder so. Das werden wir dann ja sehen. Okay. Aber erstmal müssen wir hier noch einige Rennen fahren, bevor es soweit ist. So, da haben wir uns jetzt tatsächlich auch schon den ersten Platz geholt. Jetzt fahren übrigens auch nur 10 Leute mit, statt 11 waren es ja, glaube ich, bei der letzten Meisterschaft. Also... Ja, ein bisschen ein kleineres Feld, aber eigentlich kaum. Also bis hierhin sieht es schon mal sehr gut aus mit dem Wagen. Da mache ich mir jetzt noch keine Gedanken, dass hier unsere Wagen, unsere Wagen-Auswahl schlecht war. Aber wir müssen natürlich auch erstmal die anderen Rennen dann abwarten, die dann noch so kommen. Mit anderen Strecken, Bedingungen und so weiter. So, wir haben jetzt schon mal einen ziemlich großen Vorsprung jetzt aufgebaut auf den zweiten und generell die ganzen anderen Leute. Boah. Ihr seht aber auch, oh Gott, wie lange hier der Bremsweg ist von dem Wagen. Also... Ja, liegt jetzt wahrscheinlich auch an dem Regen. Ein bisschen. Und ich weiß gar nicht, ob der Wagen überhaupt ABS... Also ob ABS überhaupt aktiviert ist. Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Ne. Ne, ist es ja auch nicht. Sonst würde das ja... Hier nicht blockieren. Ne, das macht ja nur Sinn. Okay. Die... Oh Gott, letzte Runde. Beginnt. Eine Minute 14 haben wir gebraucht. Unsere beste Runde war eine Minute 14. 1-0. Die konnten wir jetzt gerade eben nicht schlagen. Boah, die anderen Leute sind so weit weg. Also ich glaube, der Wagen... Das ist tatsächlich der Beste. Den man hier hätte wählen können. Ich glaube, da sind wir wirklich auf einem... Ja, auf der guten Seite. Okay. Ja, äh... Habe ich denn noch irgendwas zu erzählen? Oh Gott. Also ich komme schon echt oft von der Strecke ab, ne? Aber... Trotzdem... Habe ich hier so einen heftigen Vorsprung aufgebaut. Also... So schwer scheint das dann auch gar nicht mal zu sein, ehrlich gesagt. So, wir haben es geschafft. Schon mal 10 saftige Punkte für uns. Das finde ich sehr gut. TVR... Sebera... Spee. Ja. Wunderbar. Vallelunga. 3,2 Kilometer. 1,06. 9,3. Sehr heiß. Wageneinstellung. In den Haarnadeln und Schikanen brauchst du eine gute Bodenhaftung. Die müssen wir maximieren, um möglichst viel Druck auf die Straße zu bringen. Okay, dann nehmen wir die Intermediates. Und machen gleich weiter. Strebe jetzt auch wieder an, hier drei Rennen zu schaffen pro Folge. Dann sollten wir in der nächsten Folge das letzte Rennen abschließen. Bevor wir dann komplett alle Meisterschaften durchgespielt haben. Also jetzt nochmal im Wissensstand zumindest. Aua. Ey, was soll denn das jetzt? Das war aber nicht nett. Das war auch nicht nett. Na okay, da bin ich jetzt ein bisschen... ...ziemlich schnell hier wieder auf die Strecke zurückgefahren. Das war vielleicht auch nicht so schlau. Au, 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 okay. Da war ich glaube ich etwas zu schnell. Ja. Okay. Also man sieht, so schnell können wir, kann unser Vorsprung hier schon wieder weg sein. Boah, jetzt habe ich nur das Gefühl, dass der Wagen jetzt nicht mehr richtig lenkt oder ist es... Äh... Ja, es ist quasi standardmäßig so bei dem Wagen. Also was unsere Schäden angeht, sieht es eigentlich noch ganz gut aus sogar. Hier mal gucke, da hinten rechts haben wir irgendwie eine gelbe Markierung, was immer das heißt. Ah, der Wagen ist auch echt schnell, ne? Hier schon 300 km, ha? Also, es kommt einem gar nicht mal so vor, dass der Wagen so schnell... ...so schnell ist. ...aber es ist ja tatsächlich. So, da sind sie doch wieder, die Kollegen. Ja, super. Ich würde jetzt gerne mal wieder hier den einen oder anderen überholen von euch. Wäre das mal so eine Maßnahme? ...die man mal einleiten könnte? Nein, die sind ja schon echt ziemlich nah eigentlich beisammen, außer der Erste. Der ist tatsächlich ganz schön weit weg. Also es ist im Prinzip wie das letzte Rennen, als ich der Erste war. Nur, dass es diesmal nicht ich bin, sondern jemand anders. Tja. So, achter Platz ist natürlich wirklich schlecht. Ich versuche hier noch irgendwie was rauszuholen. Aber es sieht nicht allzu gut aus. Okay, jetzt hier vielleicht noch. ...den einen oder anderen Platz. Ja. Boah, ey. So langsam und trotzdem reicht es nicht, um die Kurve richtig zu nehmen. Aber jetzt sind wir Dritter. Okay, das ist doch schon mal sehr gut. Kriegen wir wenigstens ein paar Punkte. Und bleiben hoffentlich auch auf dem ersten Platz und so. Ja, das auf jeden Fall. So. Nein. Der hat uns jetzt aber nicht noch überholt hier, oder? Nee, nee, nee. Vier Punkte gibt es dafür. 13 Sekunden war ich hinter dem ersten. MG Lola EX257 LE. Le Mans wahrscheinlich, ja. So hat es aber. Le Mans. Kann ich eigentlich hier wieder zurückgehen? Oh. Nee, kann man nicht. Okay. Ich dachte eigentlich, wenn ich Escape drücke, dann komme ich wieder zum vorherigen Bildschirm. Aber nee. Das ist nicht möglich. Okay. Okay, dann geht es gleich weiter mit dem nächsten Rennen. TE Circuit AIDA. 3,7 Kilometer. 126.88 Sonnenuntergang. Schauen wir mal. Die Strecke ist eng und kurvig. Wir brauchen jede Menge Bodenhaftung. Trotz der Geraden. Okay. Nehmen wir mit. Und dann geht es gleich los. Die goldene Regel natürlich hier nur. 50 Prozent Gas geben beim Start. Die fliegen erstmal die ganzen Spoiler weg, ey. Wie die, die immer schon auf den ersten Metern verlieren einfach. Das ist aber auch ziemlich, also. Hätte man sich das auch gleich sparen können, die überhaupt zu montieren. Wenn die Leute, die so schnell verlieren. So. Wir sind Sechster. Aber. Wenn ich jetzt hier vielleicht mal nicht keine so starken Fehler einbaue. Dann ist da vielleicht auch noch ein bisschen mehr drin. Mal schauen. Autsch. Nein, 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 nein. Okay. Da haben wir unser erster wirklicher Unfall. Und ein Platz haben wir verloren. Und jetzt bin ich wieder rausgekommen. Ach ja, letzter. So schnell kann es gehen, ey. Aber es war gerade mal die erste Runde. Naja. Eigentlich wollte ich ja heute den Mehrspieler-Modus schon aufnehmen. Zusammen mit Paul Meister. Von diesen Spielen. Allerdings hat er momentan nicht so viel Zeit, weil er momentan mit seinem Umzug beschäftigt ist. Ja. Er zieht nämlich aus aus seinem Elternhaus ähm, ja. In seine eigene Wohnung. Das habe ich ja nicht vor, weil äh, meine Mutter mit der ich momentan noch zusammenlebe äh, selbst ausziehen möchte. Später. Das heißt, ich kann dann einfach hier bleiben. Aber das habe ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt. Bei Need for Speed Hot Pursuit 2. Äh, bei den Mehrspielerfolgen. Habe ich das auch schon erzählt. Naja. Man kann ja manchmal Dinge nochmal erzählen. Äh, ich bleib dann hier in der Wohnung. Meine Mutter zieht aus. Und dann ja. Habe ich diese gute Lage hier, wo ich wohne. Gute Preise auch, was die Miete angeht eigentlich. Weil es noch ein älterer Mietvertrag hier ist. Die ich dann weiterverwenden kann einfach. Also ich muss da ja keinen neuen Vertrag machen. Ja, das ist eine gute Sache auf jeden Fall. Also viel besser, als wenn ich jetzt, ähm, ja, mir noch eine eigene Wohnung suchen würde. Dann würde ich wahrscheinlich, äh, äh, entweder eine Wohnung mit einer schlechteren Lage oder schlechteren Ausstattung finden. Entweder das, oder es wäre deutlich teurer, als wenn ich einfach hier bleiben würde. Deswegen, ja, habe ich mich entschieden, dann auch hier zu bleiben. Auch wenn es, auch wenn ich das nicht so mag, dass ich hier direkt an der Hauptstraße wohne. Ähm, das ist so ein bisschen, ja, nervig manchmal, wenn dann hier Krankenwagen und so vorbeifahren und die Glocken läuten. Aber gut, es ist jetzt echt nicht so schlimm, wenn man bedenkt, dass ich dafür deutlich weniger, äh, Geld zahlen muss, als wenn ich jetzt mir eine andere Wohnung suche, die auch in einer guten Lage ist. und vor allem kann ich mir den Umzug sparen, also, ja, das muss man ja auch noch mit einbeziehen. Ich ziehe dann eigentlich nur von meinem Zimmer in das Zimmer meiner Mutter um. Oder ins Wohnzimmer, besser gesagt. Das ist der einzige Umzug, den ich, äh, ja, mache. aber ich glaube, das ist deutlich weniger aufwendig, als wenn ich eine ganz andere Wohnung umziehen würde. Ja, deswegen bin ich, was das denn geht, eigentlich ziemlich zufrieden. Und, ähm, ja, muss man mal gucken, eigentlich wann dann Paul Meister, also er hat mir gesagt, von heute aus gesehen, hat er in circa einem Monat wieder Zeit zum Aufnehmen. Ähm, ja, also das ist natürlich noch ziemlich lang hin. Vielleicht werde ich dann, ey, ich komme hier bei der Kurbel mal raus, ne? Ja, das Rennen ist sowieso verkackt. Da werden wir nicht mehr, nichts mehr reißen können. Am besten geben wir das einfach direkt mal auf. Weil wir kriegen hier keine Punkte mehr. So. Wir sind immer noch Erster mit einem Punkt. Naja. Ja, ähm, vielleicht muss ich dann das nächste Let's Play schon starten, bevor das hier beendet ist. Also Burnout 2 Point of Impact, das kann sein. Ähm, aber nur, dass ihr wisst, die, die, der Multiplayer wird auf jeden Fall noch kommen. Wenn halt von Meister wieder Zeit hat zum Aufnehmen, wird er dann noch nachgereicht. Okay. Dann machen wir in der nächsten Folge weiter mit Solder, der nächsten Strecke. Und das wird dann wahrscheinlich auch die letzte Folge des Einzelspielers sein. Vielleicht. Wahrscheinlich. Wir werden es sehen. Ja, 4,2 Kilometer, 1,34, 4,1. Bei Regen fahren wir. Was sagt er hier noch? Die Strecke ist ziemlich flach, Ryan. In den Geraden gibt es ein paar Schikanen. Ich empfehle deshalb ein ausgewogenes Setup. Ausgewogen. Okay. Dann machen wir das so. Ich bedanke mich fürs Ansehen. Ich hoffe, ihr habt den Spaß beim Zusehen. Bill wird nicht vergessen. Also dann, bis zur nächsten Folge von DTM Race Driver und ciao. Tschau. Vielen Dank.